Mein Seidiger ist nach Wurum Stern, Wurum-Dowitschtern. Sie haben gewohnt mit uns, bis ich bin 9 Jahre alt gewesen. Sie waren sehr eng, aber ganz, ganz freundlich. Er ist gewesen der Jüngste von der größeren Sprache. Ich bin ein Heucher. Mein Papa hat erzählt, dass wir ihn in die Stadt gebracht haben. Sie ist gekommen von der größeren Sprache. Und ihr Tate ist gewesen der Kassel in der Großshow. Sie haben ihr. Iches. Und sie ist, sie ist gebringt von der größten Lande. Aber er kommt von einer kleinen Städte, von Tischewitz. Und wer weiß, wer sie sind, ist, wenn die Karette ist gekommen, in Form von seinem Haus, und es sind um die Häuser gestellt dort, alle seine Brüder. Und sie sind alle gewesen heuche Männer mit schwarzen Bärten. Mit schwarzen Hütteln und Hütteln und so weiter. Und sie hat gemalt gehaltscht. Oh, ich sehe noch was. Aber der Letzte ist gewesen der Blunder. Das ist gewesen meine Seid. Es gab einen großen Blunderboden. Und mein Vater, Josuel, hat gejagert seine blöden Augen und seine Blondkeit. Und er ist gewesen erschöchert. Er hat sein ganzes Leben geglebt. Man darf ein Leben machen von der eigenen Hände und nicht von dem Lernen. Lernen. Er ist gewesen ein größer Lernen. Aber Lernen hat er getracht, und hat von Salle gesagt, das ist von sich allein. Le Schmö. Und Erlen hat er gearbeitet, bis er ist gewesen in tiefem Alter. Und er hat sich abgesagt zu sein, ein ungestellter Ruf. Er hat gekannt sein als gewesen der Teure sogar in seinen Schuhe. Aber er hat nicht gewollt arbeiten für Kehle. Er hat zu viel Agnes Neffisch in der Heim, in seinen eigenen Mischbrochen zu liebdem. Und er hat gesagt, dass er von dem, was er hat nicht gegeben hat. Er hat gesagt, dass eine Kuh, was man gesagt hat, ist, wenn er trifft. Und zu dem hat er Katze, was er gekäuft hat, und dann hat er verloren gemacht. Und er hat als, hat ihm durchgeworfen einen Hack, was ihn getroffen in den Plätzen. Und er ist sehr krank und nur noch von ihm gestorben. Er ist gewesen sehr bewusst in Stutt zwischen religiösen Menschen. Er ist gewesen ganz bekannt mit dem Häuptropf in Stutt. Hirschhorn, Dr. Hirschhorn. Und er hat oft geredet von Seeteure. Er hat ungenommene Posten von Dajen. Er hat ihm gebringt, Kasches, was er gekannt hat von Entfern. Aber er hat sich auch abgesagt zu sein Teil von der politischen Elite. In Montréal, in den Jorden, wenn er es gekommen ist, 1938. In Dämmelt ist er ein bisschen Scholem zwischen den Schochten und dem Rabenath und dem Wadair. Die drei, um sich das lange geampft zu gewinnen, eine große Schlacht zwischen Seeteure und den 30er-Juggen. Und in meiner Seite hat er gut gekannt, die alle Probleme, von wann die Schlacht ist herausgekommen.